Benni, erzähl doch mal was von Music & Message. Ja, Music & Message habe ich vor ungefähr fünf Jahren gegründet. Im Mai 2015 kam das erste Video heraus. Mein Anliegen war einfach das, dass ich Musik und Botschaft in ein Video packe. Ich habe damals gedacht, dass es diese Plattform gerade im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gibt. Es gab viele Talks über 30, 45 Minuten, aber es war mir alles zu lang. Deswegen gedeckelt auf 90 Sekunden und ein Lied danach und dann eben so ein Gesamtpaket schaffen. Music & Message. Mittlerweile sind viele, viele Leute damals auch zu mir ins Wohnzimmer gekommen und haben Videos aufgenommen. Wir haben einfach viel Spaß zusammen gehabt, haben ein bisschen die Nacht rein aufgenommen und viel gearbeitet. Und dann irgendwann bist du darauf aufmerksam geworden. Fresh X, Stichwort für dich. Was geht? Genau. Aufmerksam schon ganz von Anfang an. Wir haben das ja irgendwann das erste Video bei dir im Wohnzimmer gedreht. Und ich fand es von Anfang an eine coole Sache, da Botschaft vom Smartphone direkt ins Herz von Menschen irgendwie auch zu bringen. Und nicht nur irgendeine Botschaft, sondern die gute Botschaft von Jesus Christus und von seinem Erlösungswerk am Kreuz. Genau. Und deswegen bin ich von Anfang an mit dabei, jetzt in meiner neuen Stelle für Fresh X. Das ist eine neue Form von Kirche. Ich glaube, wir müssen uns als Gemeinden, als Kirche Gedanken machen, wie sind wir einfach nah bei den Menschen, wie sind wir im Gespräch und wie sind wir dort, wo Menschen heute ihre Zeit auch mit Gott verbringen wollen. Und das ist nicht mehr in Gemeindehäusern und Kirchen für alle, sondern das ist eben manchmal am Smartphone, auf dem Klo oder im Zimmer oder im Bett abends oder wann auch immer. Und deswegen ist das eine gute Methode, um Menschen zu erreichen, um sie anzusprechen da, wo sie ein offenes Herz haben, nämlich bei sich oft zu Hause oder wo sie eben unterwegs sind. Und dass sie da etwas hören von Gottes Liebe und von seiner Leidenschaft für uns Menschen. Das Ganze haben wir verbunden mit einer neuen Location. Die kriegt ihr in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall zu sehen und zu hören. Wir haben ein super Team von Filmleuten und von Tonaufnahmen, die echt super werden. Ich freue mich riesig drauf und ich würde sagen, machen wir uns einfach auf den Weg. Ich freue mich.